Tagchen ihr Lieben zu eurer Du und wer es auch immer ist, oh sorry, herzlich willkommen in Berlin nach, oh den einen Tag, Dänemark habe ich gesehen, habe ich mich auch sehr gefreut über das Tag. Ihr Lieben, wen es auch immer betrifft, verliert den Verstand ab sofort nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen. Hier geht es nicht darum, ob jemand zurückkommt oder nicht, das kann gut sein, aber wichtig ist es, wie seid ihr darauf vorbereitet, wenn jemand zurückkommen sollte und wie bereitet ihr euch vor, um für euch selbst wieder die Energie und die positive Lebenskraft wieder zurückzuholen. Ja, dass ihr hier irgendwo rauskommt und nicht umsonst wartet. Ich meine, man sagt immer, es ist nichts für umsonst, kann man so sehen oder so sehen, aber es ist schon traurig, wenn man dann wirklich ins Leere läuft und wartet und wir fragen mal die Engelbotschaften. Du wirst ja deinen Prozess am besten kennen, warum du hier einschaltest. Für den Dienstag sollte sich irgendwas ergeben haben. Die Energie rollt hier vom Sonntag. Ich drehe gerade ein bisschen vor, damit ich die Privatlegung auch ordentlich schaffe. Aber manchmal passiert ja am Sonntag, huch, oh drei, manchmal, ja, merkwürdige Dinge, wo ihr dann zurückgucken könnt. Ihr seht das am Dienstag und sagt euch, okay, am Sonntag hatte ich so eine geistige Influenza-eintreibende Gedächtnisstörung, ja. Wer hat mich da beeinflussen wollen oder was ist da passiert? Ja, da müsst ihr immer so ein bisschen hindenken und ansonsten, ach herrlich, als ob sie mit mir sprechen. Definitiv solltest du loslassen. Es geht um das Fördern. Tagesbotschaft, glaube ich, Fördern ist heute auch drin, weil die habe ich ja vor kurzem gelegt für euch, diese allgemeine Botschaft. Und ganz stark wird hier deine Kraft gefordert, ja. Ergreife die Initiative. Wenn du das jetzt hier nicht machst, dann wirst du wahrscheinlich ein bisschen länger mit dem Leid, wenn auch vielleicht sogar für immer mit dem Leid zu tun haben, such es dir aus. Ich glaube, du möchtest da raus, ja. Wir nehmen mal die Chuck, die Chuck, die Chuck Spezano-Karten, um zu gucken, hast du Angst vor Verpflichtungen mittlerweile? Könnte sein, weil du dir denkst, wenn wir das jetzt wieder aufrollen und da kommt eben immer das meistgewünschteste Thema zurück, wann kommt hier jemand wieder rein? Fängt er da die Situation erst mal richtig an? Da habt ihr richtig die Bombe auf dem Tisch, ja. Es geht ja nicht gerade hier um den Prozess, was die anderen immer vielleicht noch nicht so sehen können oder wollen. Es geht darum, wie geht es weiter, wenn erst mal dieser Mensch wieder da ist, ja. Da ist die Scheiße am Dampfen. Sorry, aber das ist so. Weil die meisten hier wirklich einschalten, wo ganz, ganz viele Prozesse schon passiert sind bei euch. Und vielleicht bist du dir hier selbst nicht bewusst, welche Verpflichtung solltest du hier dann eingehen? Ist das überhaupt deins, womit du leben musst? Ja, ist das deine Verpflichtung? Das geht für dich heute in deine Richtung. Schau, ja. Ergreife die Initiative, fördern und loslassen. Weil das vielleicht nicht mehr deine Baustelle ist, mit der es zu tun hat. Wenn hier jemand tatsächlich zurück wandern sollte, dann immer die Frage stellen, warum? Warum tust du dir das an? Wie kann man das umwandeln? Gibt es da noch positive Hoffnung? Wir haben hier die Dürre und den Zweifel. Ja. Drei Karten, drei Engelbotschaften. Ergreife die Initiative. Wäre für mich bei dem Zweifel, ja, die du hast. Oder die Zweifel, die vorliegen. Die kommen ja nicht von irgendwo her. Die Dürre würde für mich beschreiben, äh, fördern, ja. Dass du dich nicht mehr hier alleine fühlst. Du musst den Zustand annehmen. Ähm, es werden andere Leute in deinem Leben treffen. Nur wenn du es vermeidest, wird es nicht passieren. Aber es werden Leute für dich da sein, natürlich. Und dieses Loslassen ist Angst vor Verpflichtung, ja. Also dahingehend, du hast dir nichts falsch gemacht. Wenn du was falsch gemacht hast, dann weißt du, was du falsch gemacht hast. Das Ding ist, wenn es jemand nicht annimmt als Entschuldigung oder damit nicht klarkommt, dann kannst du letzten Endes auch nicht den Prozess retten, wenn man nur das Schöne rausfischen möchte, ja. Das ist ja jetzt auch nicht gerade das. Weil oftmals habt ihr ja auch negative Sachen einfach erleben, überleben, erfahren müssen. Und da hat man euch ja auch nicht die Wahl gelassen, ja. Wir gehen mal rein. Taro sagt folgendes für diese Situation. Zehn der Kälte. Harmonie steht bei dir ab sofort ganz weit oben, ja. Kannst du dir vorstellen, dass das nochmal reinkommt? Harmonie ist doch das Wichtigste. Der Zusammenhalt. Egal, wen es betrifft, ja. Wir haben hier, sei stark, ergreife die Initiative, werd zum König der Schwerter, der mal bei dem bleibt, was er zu sagen hat, ja. Wenn du eine Frau oder ein Mann bist, ist ganz egal. Du solltest hier wirklich in deiner Ankunft zu dir selbst auch das durchziehen, was du von dir gegeben hast, ja. Vielleicht gab es hier ein Gespräch, vielleicht hast du Sachen rausgesendet. Die sollten im besten Fall so bleiben und nicht verändert werden. Du stehst zudem, wenn man dir wehgetan hat. Du schützt hier dein Herz. Du lässt ja auch nur noch bedingt jemanden an dich ran, weil du hier keine Verpflichtung hast, ja. Dem Menschen gegenüber zumindest nicht. Wenn, dann ist es an der Zeit, dass dein Gegenüber hier reinmarschiert und dich vom Besseren überzeugt, aber so, dass keine Fragen offen bleiben. Wir haben hier der Kälte, ja. Das ist auch so dieses, du hattest hier vielleicht mit einem Menschen zu tun, der sich wirklich immer nur auf die Sachen konzentriert hat, wo ihr noch gar nicht wart. Wo du wusstest, das erreicht ihr beide sowieso nicht zusammen. Das sind immer so Traumschlösser, dass es irgendwie ausgedacht ist. Du hast hier bei deinem Gegenüber nicht oft dieses Gefühl gehabt, das würde gemacht werden, wenn man es dir verspricht, ja. Oder wenn man etwas sagt. Die geheimsten Gefühle oder Gedanken konnten hier ausgetauscht werden. Du kennst dein Gegenüber hier, glaube ich, sehr tiefgründig und trotzdem hat man dir verwehrt, den Weg mit dir zu laufen, ja. Also man hat sich hier einfach nur an den Sachen orientiert, die man nicht umgesetzt hat, aber sich schön angehört haben. Oder letzten Endes auch selbst für die Ablehnung entschieden hat, sagen wir es mal so, ja. So ein Gefühl habe ich. Man hat sich hier selbst für die Ablehnung entschieden. Man hätte ab einem gewissen Punkt ja auch definitiv merken müssen, dass du das alles nicht mehr mitmachst, ja. Und du hast natürlich die Dreckhälte hier vorne rum eingefordert, dass du was siehst, dass du Handfestes und Nachweisbares sehen kannst, fühlen kannst. Aber wenn hier alles auf irgendeiner Ebene schwebt, ja, dann kann damit niemand arbeiten. Weder du noch dein Gegenüber. Und darauf kommt es hier an, ja. Du bist hier in, du musst hier gar keine Gedanken oder Sorgen haben, dass du hier verpflichtet wärst, dich zu entschuldigen oder irgendwas anders zu machen. Weil das hätte verpflichtend ineinander greifen müssen, auch von deinem Gegenüber, ja. Dir die Richtung geben müssen, was man erwartet, was man möchte. Und du förderst bitte ab sofort, damit dir überhaupt was Greifbares passiert und sich dein Gegenüber hier, wenn du es unbedingt noch möchtest, vielleicht generell findet. Aber dafür musst du einfach loslassen, ja. Dafür musst dein Gegenüber hier sehr stark merken, dass du etwas sehr ernst meinst und dich nicht zum Kasper der Nation hier machen lässt, ja, sage ich mal so. Wir gehen mal rein. Liebe, Familie, Freundschaft betreffend. Je nachdem, für wen ihr hier gerade einschaltet und guckt. Es sind zwei Informationen. Einem wird alles zu viel oder es ist einem alles zu viel. Is it all too much? Und I cry at night. Ja, hier hat man den Höhepunkt der Drama-Queen erreicht, ob Mann oder Frau. Man ist sich hier bewusst, oh, es ist mir einfach alles über den Kopf gewachsen. Oder mein Herz tut auch weh, kann auch sein, ja. Ich sage ja auch, I cry at night ist mir immer ein bisschen theatralisch, weil, hm, aber es werden schon Gedanken und wenn nicht sogar vielleicht wirklich Tränchen fließen, aber jetzt wahrscheinlich nicht so vorstellend, dass man hier jede Nacht schluchzend in seinen Kissen heult. Es ist ja aber einfach Fakt. Man grübelt, man ist traurig. Es ist einem alles zu viel, ja. Und dieser Mensch ist an einem Höhepunkt, an einem Schneidepunkt zu erkennen. Was ist zu viel? Wodurch wurde es zu viel? Warum ist man hier drin, ja? Warum ist man hier hingekommen? Warum hat man das nicht geändert? Natürlich könnte man sagen, selbst schuld, ja. Aber du bist nicht in der Verpflichtung, deinem Gegenüber das hier zu erklären, ja. Dein Gegenüber ist alt genug, wusste, was man macht, wusste vielleicht auch, wo der Prozess hingingin mit dir. Vielleicht hattet ihr auch, ähm, Sachen, die nicht so zusammengepasst haben in diesem Moment, ja. Wie auch immer, jeder kann eine Teilschuld haben, eine Teilschuld haben, ganz klar. Aber wichtig ist ja die Kommunikation, ja. Und wenn man darüber nicht sprechen möchte, sprechen kann, dann scheint es hier, wie so oft, eben auch mal Probleme zu geben, wo der Kessel dann irgendwann explodiert. Wir gucken mal mit dem Kipper. Aber eine gute Dame haben wir hier bei deinem Gegenüberliegenden Menschen. Beschäftigung und wir haben Verzweiflung. Trifft schon ganz gut, ja. Wir belassen das mal dabei. Die Verzweiflung. I cry at night. Es ist mir alles zu viel. Es ist momentan gerade alles zu viel, ja. Man sitzt hier wirklich in der Verzweiflung. Man hat hier mit der Quersumme 5 im Tarot der Hierophant auch etwas erkannt, ja. Hier dreht sich wahrscheinlich wirklich alles immer wieder in der gleichen Richtung von links nach rechts, von rechts nach links. Aber irgendwo gibt es keinen Ausgang, ja. Diese Menschen ist wirklich schwindelig. Dieser Mensch hat es satt. Greift vielleicht auch zu, ja, gewissen Notlösungen, die vielleicht nicht schön sind. Ja, darunter könnten Substanzen stecken. Oder einfach auch diese Überarbeitung wieder. Dieser Workaholic-Modus, ob Mann oder Frau. Ja, man hat hier irgendeine Energie, wo man sich aus diesem, es wird mir alles zu viel, es ist mir alles zu viel, sich oft ablenken konnte. Und wir haben hier eine gute Dame. Es gibt hier an der Seite deines Menschens eine gute Dame. Vielleicht kennst du sie, die diesen Menschen auch berät, ja. Es könnte eine Kumpeline sein, eine Mutter sein, eine Freundin sein, Tante, Schwester, wie auch immer. Es gibt hier eine Dame, die auf diesen Menschen ein Auge wirft, aber nicht jetzt als Liebesbeziehung, sondern als jemand, der versucht, dein Gegenüber hier gerade zu kriegen, ja. Auch immer ein Auge, die den Prozess mitbekommt, ja. Es kann unter Umständen auch jetzt der gute Herr hier drin stecken, ja, als Kumpel oder Vater oder Bruder oder wie auch immer. Weil wir jetzt gerade das große Blatt nicht legen, ich belasse es bei dreien. Hier ist eine Person, die das mitbekommt und das seid nicht ihr. Und diese Person macht sich auch Gedanken um dein Gegenüber, ja. Das lassen wir jetzt erst mal so. Könnte auch ein Arbeitskollege sein, Arbeitskollegin. Man kriegt auf jeden Fall mit, dass man hier sehr unkonzentriert ist, dass es zu viel ist, dass hier irgendwas in eine falsche Richtung ging. Dieser Mensch wirkt wahrscheinlich sehr ausgepowert, ausgelaugt. Was haben wir hier bei deinem Menschen? Die Selbsthingabe fehlt als Heilung. Na, wenn man sich selbst auch nicht gefunden hat, kann man sich auch selbst nicht hingeben, ja. Man hat immer das Gefühl, man wäre wahrscheinlich dann schwach, wenn man sich selbst hingibt. Hier haben wir auch wieder jemanden, der kommt super gut bei Menschen an, der weiß, wie man es macht. Auf andere eingehen ist voll sein Ding, ja. Ich würde ja fast lachen, wenn hier sogar, wenn hier jemand liegt, der total sozial zu anderen ist und auch noch Ratschläge gibt, aber hier völlig weg ist, ja. Hier braucht jemand selbst Hilfe, aber könnte mit der Beschäftigung gut sein, dass man hier ein sehr guter Ratgeber ist für andere, ja. Selbst aber die Kacke am Dampfen hat. Man kann sich hier nicht selbst hingeben. Was haben wir noch? Die Selbstliebe ist ja auch zerschossen. Ich glaube aber, hier steckt jemand hinter, der mal sehr, sehr eitel war und sehr, sehr selbstverliebt, ja. Aber nicht giftig, sondern hier hatte man schon große Stücke. Hier gab es Phasen, wo man wirklich sehr stolz auf sich war. Ja, das ist hier weg, ja. Diese Selbstliebe in der Heilung, das ist hier komplett weg. Schade, ja. Alles, was mit diesem Menschen selbst zu tun hat, Selbsthingabe in der Heilung, da haut was nicht hin. Die Selbstliebe in der Heilung haut was nicht hin. Man ist hier enttäuscht von sich selbst, kann aber super gut. Das könnte auch die gute Dame hier so ein bisschen, oder der gute Herr, das könnte so ein bisschen sein, dass man hier schon Freunde hat, ja. Weil man eben auf andere gut eingehen kann, man ist ein guter Ratgeber, aber selbst hält man sich wahrscheinlich nicht an die eigenen Regeln oder an die Ratschläge. Und wir haben hier generell das Fehlerproblem, ja. Man fühlt sich gerade da, wo man ist, momentan total fehl am Platz. Sagen wir es mal so, hier ist eine Fehlzündung passiert, hier ist etwas fehlerhaft, hier merkt man, das ist nicht mein Weg, den ich weitergehen wollte, ja. Hier haut etwas nicht hin. Hier ist wirklich so, äh, Batterie leer, Fehlzündung, ich komme nicht mehr vorwärts. Wo fahre ich hin, ja, wo lenke ich meinen Weg hin? Da geht es für mich nicht vorwärts. Hier ist man komplett voll, komplett zu. Und dann, dieser Mensch würde dann auf euch zukommen oder hat mit euch die ganze Zeit schon Kontakt. Und da muss man natürlich auffassen, aufpassen, inwieweit ihr darunter leidet, ja. Wir gucken mal. Der Künstler könnte vielleicht auch eine Selbstüberschätzung oftmals sein. Man schafft das schon, aber braucht eben auch Hilfe, die man selbst ablehnt, ja. Ich schaffe das schon, ich überlebe hier schon. Mach dir keine Gedanken um mich, ich will, dass es dir gut geht. Wir sind ja auch wieder in der Liebe der Gemeinschaft, ja. Ja, nichts Sehnlicher wünscht man sich hier als eine Gemeinschaft voller Liebe, ja, mit Respekt. Aber man hat es hier nicht geschafft. Das ist hier nicht vorhanden. Ich glaube, drei der Schwerter war es, wenn mich nicht alles täuscht. So, gucken wir mal, ja. Ja, die Gemeinschaft, die klappt momentan nicht, ja. Äh, es ist wirklich so. Man könnte tatsächlich Tränen vergießen oder sich eben Substanzen nehmen, um das zu unterdrücken. Dass man nicht so eine Gefühlsausbrüche kriegt. Manche Menschen können dort ihre Gefühlsausbrüche nicht ausleben, weil sie sich zusammenreißen müssen, wie auch immer. Es ist hier einfach alles zu viel, ja. Und man sieht ja auch ganz klar, das Herz ist gebrochen. Weil man wahrscheinlich in diesen Überlebensmodus reingegangen ist. Ich schaffe das schon, ich probiere mich. Aber ich glaube, das Probieren war mit dem Überleben ein bisschen zu viel, ja. Man hätte eine, ja, man hätte eine Richtung leben müssen und das, sobald man hier Fehler gemerkt hätte, ja. Man hätte hier die Richtung ändern müssen und man hat sich hier, glaube ich, wie in so einer Einbahnstraße verfahren, tatsächlich, ja, verfahren. Und nun merkt man, oh Gott, wo stehe ich, ja. Wie soll ich das nochmal hinbekommen? Es tut alles weh. Ich habe Menschenherzen gebrochen, ich habe mein Herz gebrochen und neun der Münzen. Ich konnte nicht meinen Selbstwert hier einschätzen, ja, weil die Selbstliebe und die Selbstbefangenheit, äh, die Selbsthingabe ist ja hier völlig zerschossen. Das fehlt, ja. Bei neun der Münzen und diesem drei der Schwerter, das ist alles verloren. Zumindest jetzt gerade nicht, wahrscheinlich nicht für immer. Ja, aber man hat hier nicht mehr das Bild von sich, was man mal abgegeben hat, ja, wo man eitel vor dem Spiel gestand, selbst stolz auf sich war, sich hingeben konnte. Das ist hier irgendwo weg. Ich gucke mal, durch was das weg sein kann. Hier ist eine Trennung passiert. Vielleicht auch der Abschluss mit euch, der die Veränderung hier eingeläutet hat. Gewisse Transformationen sind wahrscheinlich in die falsche Richtung gelaufen. Wir haben den Turm. Durch was ist es noch passiert? Durch dein Gesprochenes, ja, vielleicht kennt man auch deine Handlung oder die Handlung deines Gegenübers war genauso, wie du jetzt handeln sollst. Man hat sich immer quergestellt, ja. Man hat hier ein Ja oder Nein nicht zugelassen, was von der Seite deines Gegenübers kam. Man hat sich hier nicht korrigieren oder berichtigen lassen von dir, auch wenn du vielleicht richtig gelegen hast. Man war immer, das, was man gesprochen hat, hatte Hand und Fuß, ja, das war aussagekräftig. Man musste hart werden. Oh ja, hier könnte wirklich jemand liegen, der musste hart werden. Dem war es auch nicht zu fein, meine andere Sprache zu benutzen. Ähm, launenbedingt, ja, launenbedingte Aussprachen. Launenbedingt, nee, ich hab keinen Bock, doch, ich hab Bock zu sprechen. Heute ja, morgen nee, hätten wir ja machen können. Nö, so nicht. Also es ist hier schon ein sehr schwer lenkbarer, momentan ein sehr schwer lenkbarer Mensch, ja. Der das Gesprochene festhält und wenn man hier launisch unterwegs war, selbst vielleicht hin und her agiert hat. Hier, ja, mit der Selbsthingabe, wo gehöre ich hin, ja, wem soll ich mich hingeben? Man ist hier selbst gefangen. Vielleicht hat man auch gedacht, ich kenne hier keine Selbsthingabe. Ich habe zu viele Fehler und das muss mir nicht noch jemand wie du sagen, ja, so nach dem Motto. Page der Münzen, immer dieses neue Anfang. Also ich sag's mal jetzt so, dieser Neuanfang, immer sich mit einer Richtung befassen, wo man vielleicht nicht lange glücklich war, ja. So eingespielte Beziehungen, eingespielte Arbeitsrhythmen. Es könnte sein, dass man hier unterfordert war und immer wieder den Drang hatte, etwas Neues zu suchen. Man war in diesem Alten, das konnte man sich nicht lange geben, ja. Also man wurde nicht glücklich in einer eingesessenen, gelangweilten, wie auch immer Energie, wo man hier drin ist, ja. Man hat immer diesen Drang, ich will was Neues, ich möchte es besser machen. Ich muss jetzt hier von vorne anfangen und ich glaube, das ist auch das Problem deines Gegenübers. Dein Gegenüber hat ab einem gewissen Punkt oft nicht weitergemacht, ja. Aber des Öfteren, selbst wenn dir das bekannt vorkommt, hat man sich das immer vorgenommen, irgendwas zu beenden oder zu verändern in der Handlung, aber hat es einfach nicht durchgezogen. Nee, hat man nicht durchgezogen, ja, weil vielleicht hatte man auch Angst, hier jemanden komplett zu verlassen. Man hat das Gefühl gehabt, diesen Menschen kann ich vielleicht nicht alleine lassen. Das könnten so Beziehungen sein, die krankheitsbedingt zusammenhalten, ja. Vielleicht auch, ich weiß, dass ich auch, wenn ich hier irgendwas verlasse oder mein Leben verändere, für dich geht es mir trotzdem nicht besser, ja. Hier ist man irgendwie gebranntmarkt. Hier hat man wirklich mit diesem, es ist mir alles zu viel. Das ist hier gerade nicht der Weg, den dein Gegenüber hier fühlt und leben möchte, ja. Entweder ist hier auch beruflich was zusammengekracht. Hier sind Vorstellungen einfach nicht mehr vorhanden, wo man sich vorstellen kann, wir könnten ineinander ergänzen, ja. Ihr funktioniert bestimmt in anderen Teilen super gut, aber dein Gegenüber hat ja echt ein Problem, sich das überhaupt noch anzunehmen, ja. Oder das Gefühl zu kriegen, das nehme ich gerne an, weil man hier einfach Probleme hat. Probleme, die mit dir nichts zu tun haben. Einen vorbelasteten Menschen, wie immer, neun der Schwerter, der einfach auch nicht weiß, wie man vorwärts soll, was man machen soll. Wenn du gegangen bist, vermisst man wahrscheinlich auch dich als Mensch. Aster Kälte. Man will nicht auf dich verzichten, ja, aber dieses will nicht gibt es ja auch nicht, bloß weil man es nicht möchte. Da haben wir es wieder, ja. Ich würde so gerne. Ich würde auch gerne so agieren, ja, als König der Münzen statt Page der Münzen. Ich habe hier keine Lust, immer wieder neu anzufangen. Ich habe auch Angst vor Neuanfängen. Obwohl ich weiß, mein alter Weg, der schnürt mich hier zu, ja. Dieses Gefühl, nicht mehr atmen zu können. Diese letzte Chance, die du hattest, eventuell zeitnah gerade. Oder du warst die letzte Person, wo dein Gegenüber hätte diese Chance nehmen müssen, ja. Das ist man sich bewusst. Daraus hätte was Großes entstehen können. Da ist was Großes entstanden, bis zu dem Punkt, wo man hier wieder komplett in seine Abwehr gegangen ist. Das ist ein Mensch, der ist mit sich selbst total unzufrieden, ja, wie so ein Querulant. Und das wirst du immer wieder abgekriegt haben und gedacht haben, woher, warum hat man hier so eine Laune, ja. Man hat sich aus dem Nichts, aus heiterem Himmel könnten hier so Energien geflossen sein, wo man hier völlig abwehrt und rumspinnt. Und du dir gedacht hast, wo kommt denn jetzt die schlechte Laune her, was ist passiert, ja. Das ist passiert. Man guckt, wo man drinsteht und man sieht die Vorausschau, ja. Man sieht die Weitsicht, die man nicht als Chance genutzt hat. Man ist sauer auf sich selbst. Man hat sich, oder man trampelt hier wie so ein Teenager in dieser Linie umher und ist sauer auf sich selbst. Dass man nicht dieses Weite angenommen hat, was noch möglich wäre, ja. Man hat sich hier selbst gefangen und ist wütend auf sich selbst. Auch wenn es dich betrifft. Dass dieses Ast der Kälte nicht umgesetzt werden kann aus irgendwelchen Umständen. Und man sich zurückgezogen hat mit der Jungfrau Energie der Eremit. Man ist sauer auf sich selbst. Das ist hier schon mal Fakt. Zusätzlich, nicht nur das, sondern kommen hier teilweise zu viele Probleme mit rein, ja. Es ist ja alles zu viel. Man kann dir wahrscheinlich nicht sagen, dass man dich braucht, weil man sich selbst nicht hingeben kann. Man ist aber auch nicht glücklich, dass du nicht da bist, ja. Auch wenn man dich weggeschossen hat. Aber da muss man auch kein Verständnis für haben, sondern... Dieser Mensch muss Verständnis für sich selbst erst mal erlernen. Bevor man andere mit schlechter Laune oder schlechter Energie ansteckt, ja. Wir haben hier schon wieder dieses Macherding. Ast der Münzen. Man ist hier verurteilt für sich selbst. Warum habe ich hier nicht die Chance wahrgenommen, uns zu halten? Warum habe ich die Chance nicht wahrgenommen, etwas zu machen, umzusetzen? Wo war da mein Kampfgeist, ja? Man ist wirklich enttäuscht, verbittert über sich selbst. Man hat sieben der Münzen. Man hat selbst durch das Nichthandeln sich keinen Freund angelacht, ja. Oder sich keine Freude gemacht. Denn wahrscheinlich fehlt hier einfach die Ernte, ja. Man hat hier wieder sehr viel Kraft reingesteckt. Man wollte das durchziehen oder mit dir oder wohin man auch wollte. Aber man hat gemerkt, man hat sie wieder übertrieben, ja. Man hat sie wieder nicht zugelassen, dass ihr beide davon die Früchte sozusagen ernten könnt. Und jetzt steht man hier mit dem Erkanum das Gericht. Hier muss etwas abgelöst werden, ja. Ich bin ja selbst schuld. Hier könnte eine Erkenntnis drin liegen, dass es jetzt Zeit wird, dass das, was alles zu viel wurde oder wird, könnte man abtragen und abarbeiten. Wäre ganz gesund für dein Gegenüber. Ich habe es verstanden. Ich hätte es schöner haben können. Oh, die Mäßigkeit besucht mich aber zurzeit jetzt oft wieder. Na, komm. Und der Mond auch. Gibt ja aber keine Schattenthemen, ne? Nur Licht und Licht. Ironie off. So, was haben wir hier? Oh. Königin der Schwerter. Ab diesem Tag an, ja. Gericht. Entscheidung. Ich muss mal hier abtragen. Deine Worte waren wichtig und richtig für mich. Egal, was du bereust, gesagt zu haben oder dich zu tief oder zu weit aus dem Fenster gelehnt hast. Deine Aussagen zu deinem Gegenüber waren hier richtig. Man versteht auch. Man hat Verständnis dafür, dass du, wenn, hier grob gehandelt hast. Aber die Aussagen waren das Wahre in dem Kern, ja. Wir haben hier zwei der Münzen, weil nur dadurch habe ich verstanden, durch deine Klarheit, was mit mir nicht stimmt. Mit mir stimmt mein Kontrollverlust waren nicht, ja. Ich wollte einfach nur halten, habe aber nichts getan dafür. Die Mäßigkeit. Du hast mir oft gesagt, dass ich ein Mensch bin, der übertreibt oder einen Hang habe zum Übertreiben. So könnt ihr nämlich resonieren. Und dann haben wir hier noch zwei Karten. Meine Erinnerung an unsere Zeit ist das Einzige, was mir hier gerade Kraft gibt, um meine Fehler zu erkennen, ja. Ich denke sehr viel über uns nach. Du kannst jetzt sagen, ja, ist ja schön, aber heißt trotzdem nicht, da kommt jemand wieder und klopft an der Tür, ja. Das ist eine Vorbereitung, falls es dazu kommt oder eine Vorbereitung, dich hier abzubereiten. Das Wort gibt es nicht, oder? Abzubereiten. Wir haben hier die Fische-Energie, den Fluss. Und man nimmt sich sehr viel Kraft, gerade wenn man hier traurig ist oder wenn einem alles zu viel war. Wie oft hast du Hilfe angeboten, ja. Könnten auch so Sachen sein, mit denen man sich beschäftigt. Du warst immer in der Schwere da, wer ist es jetzt für mich? Ich kann mich noch genau erinnern, als wir uns hier beide die Ergänzung, die Energie gegeben haben, ja. Auf Gleichheit, auf Augenhöhe. Das war mal da bei euch. Der eine hat dem anderen geholfen, der andere wieder dem anderen. Hier war schon eine Leichtigkeit drin, ja. Der wunde Punkt könnte auch bei euch beiden natürlich wieder mit Kindthemen zu tun haben, ja. Das ist ja auch oftmals so, diese Leichtigkeit in sich finden, bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann die Aufarbeitung und Kraft kostete. Wo ihr natürlich gemerkt habt, hey, also irgendwie bist du da überhaupt nicht reif, du bist total unerwachsen, was mit dir passiert. Und genauso umgekehrt zu dir, ja. Hier könnte die Stelle sein, wo ihr euch selber das Leben oder die Phase erschwert habt, wo der andere über die Stränge geschlagen hat, wo der andere sich etwas gefallen gelassen hat, damit hoffentlich die Leichtigkeit wieder fließt. Aber eben in eine Art Schatten, ja. Und man erinnert sich gleichzeitig an diese schöne Zeit mit dir und würde das natürlich gerne jederzeit zurückhaben. Aber es ist momentan eben einfach nicht möglich, ja. Es sind hier wahrscheinlich schon sehr demütigende Sachen passiert, weil ein Mensch, dem alles über den Kopf wächst und der selbst weint, ja. Gerade auch bei Männern. Da muss schon sehr viel passiert sein, dass man sich hier schämt, dass einem die Tränen auch in gewissen Situationen kommen. Alles andere macht man immer so mit sich selbst aus. Es muss sich schon ein starker Mensch hintergelegen haben, der wahrscheinlich wirklich sehr fies oftmals Sachen hinterlassen hat, mit denen du jetzt dastehst, ja. Wir gucken mal die Tendenz. Was will man dir mitteilen? Oder sagt das Blatt hier mit, ja. Hier ist man in der Findungsphase, ob man es schafft, emotional sich zu trennen, von dir und zu lösen, ja. Man hat hier auch erhebliche Probleme, das zu schaffen. Klingt schöner, war aber auch die Karte, ja. Man ist jetzt hier auch wieder, man starrt den Mond an. Man will realisieren, das war einmal oder könnte das irgendwann mal sein, ja. Das Beste wäre, ich muss mich hier abkapseln, ja. Ich muss verstehen, was hier passiert ist. Und wenn, dann müsste ich mich aus allen Situationen entkapseln und alleine verstehen und alleine leben, ja. Hier hängen Prozesse dran, die man emotional nicht verarbeitet hat. Und wir haben hier die Tiefe, der Brunnen mit den ganzen Schattenthemen, der auch noch dazu kommt. Ja, hier ist man wirklich, hier würde man dir sagen, ja, es ist jetzt der Tag gekommen, den du mir vorhergesagt hast, ja. Vielleicht hast du Sätze gesagt wie, eines Tages hast du nichts mehr oder stehst vor dem Leeren oder siehst nichts mehr, wirst nichts mehr haben, wirst an mich denken, wie auch immer. Die Last ist jetzt voll, ja. Hier drückt sehr viel Kummer aus der Vergangenheit hoch. Hier ist immer wieder irgendwas nicht so geworden, wie es dein Gegenüber gerne gehabt hätte. Aber du bleibst meine Königin der Cage, ja. Ist schon fast beschämt, so, ja. Auch wenn ich dich angelogen habe und dir Sachen erzählt habe, die nicht stimmen. Die du aber generell dann weißt, dass es nicht so ist, ja. Das sind jetzt hier keine Lügen, wo du fragen müsstest, naja, ich weiß jetzt nicht, wurde ich angelogen? Lügen oder nicht? Das sind schon in der Kombination, teilt man die hier auf dem Tisch mit. Du weißt ganz genau, wo ich gelogen habe, ohne dass ich dir eine Antwort dafür geben müsste. Gefühl habe ich, ja. Ja, Lügen hätte ich nicht dürfen. Aber die Antworten hast du alle intuitiv, weil wir uns eben gefühlt, geliebt, lieb hatten, gerne hatten. Du hast gewusst, was schief an meiner Person ist, ja. Was nicht ehrlich an meiner Person ist. Das hast du alles schon gesagt, aufgedeckt, gefühlt. Aus Liebe heraus, ja. Oh, mein Nacken, Hilfe. Drei der Münzen. Ach, ganz vorsichtig, ja, ganz, ganz vorsichtig. Lasse ich es nochmal zu. Es kann, es ist, also es ist ja kein Hokuspokus, dass man zurückkommt oder dass man dich entsperrt oder dass man eines Tages irgendwann fragt, wollen wir uns nochmal treffen und das Ganze miteinander besprechen, weil alleine komme ich hier nicht raus. Ja, ich brauche jemanden, der mir hilft, ja. Es könnte gut sein, dass bei drei der Münzen jemand vorhat, das ganze Gespräch nochmal zu suchen auf eine etwas andere Art und Weise. Natürlich dann, wenn du damit nicht rechnest, ja. Weil sonst würdest du ja ewig warten. Das ist ja aber eher so ein Projekt für dein Gegenüber, ja. Und da ist wieder die Stelle, passt auf. Warum sollst du jetzt sofort zusagen, wenn man dich doch die ganze Zeit auch alleine gelassen hat, ja. Warum hat man hier Falschaussagen getätigt mit sieben der Schwerter, wenn du zurückgeblieben bist? Ja, das wird ein Gespräch sein über den Verlust, ja. Damit kommt man nicht klar. Mit der Skorpionenergie, das Erkanum der Tod. Man wird wahrscheinlich auf dich zukommen irgendwann und möchte gerne wissen, warum es dazu kam oder dir erklären, warum die Trennung war. Ja, Vorsicht, ja. Da könnte sich wieder etwas ranschleichen, nur um dich einfach im Feld zu haben. Und dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Denk an deine Auffangstation von vorne. Oder es ist, mein Sohn, ihr hört das glaube ich immer gar nicht so. Oder es ist hier wirklich, wenn man deine Hilfe braucht, jemand von diesem Menschen gegangen, irdisch, ja. Also es kann eure Trennung betreffen oder irdisch, ein Todesfall, wo man deine Nähe sucht, wo man unbedingt Nähe braucht. Wo natürlich dann die meisten auch zusammenfallen und sagen, naja, okay, jetzt muss ich für dich da sein. Beachtet aber immer, es ist ja schön, wenn man trotzdem da über seine Wut steigen kann, ja. Beachtet aber immer, inwieweit ist das hier richtig, diesen Menschen zu zeigen, dass ihr, egal was man hier gemacht hat, mit euch für immer da ist, ja. Das müsst ihr einschätzen, euer Schmerzgrad, ja. Da habt ihr das gesundeste Verständnis dafür. Wie gesagt, es war hier ein verlogener Mensch und dieser Mensch ist jetzt an seiner Stelle, wo man nicht mehr vorwärtskommt. Sagen wir es mal so. Das ist so das beste Beispiel. In so einen Dingern sehe ich immer so Leute, die in der Schule, die waren noch nicht mal in der 10. Klasse fertig, wussten, Abi kommt danach und dann habe ich schon ein Studium und dann werde ich das und das und das. Und ich dachte immer so als, oh mein Gott, ja, wo bist du hin? Ich bin da noch gar nicht, ja. Ich bin da noch gar nicht. Wieso wissen immer alle, was die werden wollen und welcher Werdegang wohin? Und dann siehst du die so ein paar Jahre später zufällig und denkst dir so, oh alter Verwalter, also an dir ist aber auch nicht spurlos vorbeigegangen, wa? Also es ist immer so diese, man merkt, wer hatte mehr Fokus auf Anerkennung, Beruf, was andere von mir denken, ja. Bloß nicht was ausgefallen ist eventuell. Vielleicht wollten sie es ja auch alle wirklich. Aber irgendwann kommt natürlich die Rache, ja. Irgendwann kommt ja natürlich auch, wenn Personen weg sind oder natürlich nicht mehr an der Seite sind, die das Ganze auch gefördert haben. Mutter, Vater, was weiß ich, ja, oder Menschen. Ist ja egal. Dann passiert hier so eine Strecke, ja. Dieses Runterfliegen, Wachwerden, Scheiße. Das ganze Leben habe ich vielleicht nur für Personen gelebt, die hier gerade trotzdem mir ans Herz gewachsen sind oder die ich geliebt habe, die nicht mehr da sind, ja. Wo man dann anfängt zu überlegen, worauf kam es im Leben nochmal an, ja. Dein Gegenüber wird hier vielleicht mit einem Tod konfrontiert, der schneller nicht sein konnte. Oder hängt es dort gerade gewaltig mittendrin, dass man eine Person auch wieder verloren hat, wo man sich denkt, mein Gott, das habe ich nie verarbeitet. Oder uns zugleich diese emotionale Trennung mit euch, ja. Die kriegt man hier nicht gebacken. Da kommt wieder so ein Gefühl rein mit diesem Verlustkontroll, viel der Münzen. Wieder getriggert durch dieses, ich habe schon mal Menschen verloren, ich will dieses Gefühl nicht mehr haben und jetzt ist es aber trotzdem da, ja. Was machen wir hier? Zweiter Kälte, man wehrt sich aber, ja. Also wie gesagt, hier könnte einer hinterstecken, der kommt zurück, weil er dich braucht. Nicht, weil er dich oder weil er mit dir heiraten möchte, weil er dich braucht. Er fühlt sich ja verbunden mit dir. Die Verbindung ist da mit zweiter Kälte, keine Frage. Aber es könnte auch gleichzeitig vorausschauend so sein, dass wir wieder die Diskussionen, die ganzen Meinungsverschiedenheiten anfangen. Und dieser Prozess ist eine never ending story, ja. Also verbunden seid ihr wahrscheinlich immer wieder. Ihr werdet wahrscheinlich diesen On-Off-Prozess kommen oder kennen. Aber hier, dieses Starke, was euch jedes Mal trennt, ist immer dieses, einer muss sich verteidigen und der andere muss kämpfen. Ja, das ist immer so eine Energie. Der eine fängt an zu kämpfen und der andere muss sich verteidigen. Und da kannst du ja nicht mit der Verbindung hier hinhauen, ja. Das heißt, diesen Menschen muss man das Kämpfen wegnehmen, indem du dich nicht mehr verteidigst, sondern es einfach ruhen lässt, ja. Und so hast du vornherein angefangen. Das wäre für dich, glaube ich, auch das Beste und Sinnvollste, was du hier machen kannst. Statt hier beruhigt irgendwann die Nachricht zu bekommen, ja, ich wusste ja, dass du oder dass ich ein wichtiger Teil in deinem Leben war. Ja, ja, mag sein, ja, aber man muss auch in diesem Alter sehen, dass man hier nicht mehr bei Wünsch dir was ist oder bei irgendwie Kika, dem Sender, wo sich alles in Energie verwandelt als Pusteblume oder so, ja, oder Glitzer oder wie auch immer. Dieser Mensch, wenn hier ein Mensch liegt, der ist schon reifer und da ist es extrem schade, dass man das noch nicht verstanden hat, ja. Und ich glaube, mit so einem Menschen könnt ihr euch für die Zukunft auch nicht rühmen, ja. Da habt ihr ja immer das Gefühl, ihr habt einen unterbemittelten Menschen an der Seite, bei allem Leid, was hier passiert ist, ja. Aber ihr kommt ja anscheinend wirklich nicht zusammen klar auf diesen Nenner, wo auch du dann vielleicht nicht so das Feingefühl hast zu bestimmten Situationen, weil du damit überhaupt nicht arbeiten kannst, weil du dich verletzt fühlst, ganz logisch. Deswegen aufpassen, was soll das hier werden, ja. Du bist eigentlich immer nur der emotionale Auffänger, sozusagen, der in dem Moment gebraucht wird. Wenn du die Kraft hast, dann mach das, aber es könnte ja auch wirklich ein gefährlicher Prozess wieder sein, weil man ja dann sauer ist, dass man dich brauchte dafür, ja. Das geht ja dann ins Unendliche mit Fünf der Stäbe. Oh Gott, jetzt habe ich jemanden gezeigt, ich brauche den und jetzt sind wir wieder provozierend, weil du verteidigst dich ja dann eh, ja. Also wenn das wirklich immer nur so ein kämpferischer Prozess hier war, wo du auf dein Recht, wo du um dein Recht kämpfen musstest mit jemandem in einer Verbindung, da haut ja schon irgendwas nicht hin, ja. Da hat man dir einfach gezeigt, okay, man hat nicht gesehen, dass man dich schützen muss. Und sieht es aber nur, wenn man deine Wärme oder deine Zuneigung braucht, ja, die du wahrscheinlich in Hülle und Fülle auch gegeben hast, ja klar. Ist ja meistens so. Ihr Lieben, passt gut auf euch auf. Wie gesagt, es geht nicht ums Zurückkommen. Das wäre die einfachste Frage von allen, ja, 50-50. Ja, nein, zieh doch einen Zettel. Kannst du selber machen. Bist du am nahsten dran, ja. Wichtig ist, was passiert dann, wenn jemand zurückkommt? Was passiert, wenn jemand wegbleibt? Kann noch schöner sein, als wenn jemand zurückkommt, ja. Bleibt gesund. Tschüssi.